Let's go. Jetzt die Frage, will ich die vielleicht doch lieber bei Nacht angreifen? Weil ja die ziemlich viele Range-Dudes haben. Ist das nicht Goblins? Okay, Greenscreen sind nicht Goblins. Die kommen auch. Yes. Helft mir. Jawohl. Nice. Danke Spiel. Du bist echt lieb. Yes. An Assassin. Some Conscripts. Let's go. Ich meine, wenn ich beide Master bei den Bonus gebe, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben Org Berserker, Org Young. Wir werden auf jeden Fall mal warten. Wir haben 10 Gegner. Gegen 18 von uns. Oh, Berserker. Schuss. Bäm. Wobei ich sehe, wie es ist. Wie ist es? Zwubel geht er vor. Zwubel macht das. Zwubel will es vielleicht nicht machen, wenn ich das so sehe. Die Skills zählen ja zu einer Kategorie und die Masteries zählen ja für Weaponskills. Nicht die Waffen an sich. Ja, aber der normale Attack ist auch eine Weaponskill. Okay, wir bleiben alle stehen. Das finde ich irgendwie keine gute Option, glaube ich. Habe ich so mein Gefühl. Und Zwubel habe ich, glaube ich, schlecht platziert. Wir hätten eigentlich hier dicht machen sollen, wo sie sich hier selber klumpen. Ist ein Hammer Mastery drin. Der Split Shield von meiner AmEx ist allerdings bei Axe Mastery. Ja, das ist natürlich dann doof. Das Gefühl, ich muss hier nach unten laufen. Weil hier unten wird mehr abgehen. Ist so ein Gefühl von mir. Neues. Zweihandschwert kann ich schon. Nice, geil. Ja, Zweihandschwert ist schon geil, ne? Steady Moral brauchen wir, glaube ich, nicht. Bewegen wir uns mal auch hier nach unten. Guck mal, können wir dem Bersager noch einen an den Kopf werben? Okay, sie kommen ran gesteppt. Frage ist, ob ich Zwubel da oben vorher wegkriege oder nachher. Ich glaube, wir gehen für den Kill hier auf den. Das ist schon mal gut. Ja, der will schon fliehen. Sehr geil. Aber schon mal quasi einen weniger. Okay, der Stunt. Das ist blöd. Mit der fliehen will. Da können wir jetzt nicht hinschießen. Ich schieße mal auf den mit 91 da hinten. So, der ist doch ganz gut hier in der Mitte. Schieße mal erst mal raus. Sehr schön. So. Jetzt wollen wir bei dem ja für den Kopf gehen. Ne, schade. Hm. Jetzt könnte ich ihn natürlich weiter blocken, aber ich glaube, ich sollte lieber attacken. Ich glaube, die hinten, ich glaube, die kommen noch ran. Dass sie chargen können, ist echt fies. Dass sie chargen können, ist echt fies. Nichts mit dem nochmal an den Rücken. Mit dem Stunzen so, ist das echt bitter. So, dich. Shit, dich kann ich nicht bewerfen. Dann muss ich dich bewerfen. Wir geben dem ein bisschen Rückdeckung, dass wenn sie hier reinlaufen, dass wir den dann noch beteiligen, würde ich sagen, mit Xeli. Er stirbt leider nicht. Was macht denn der Assassin hier eigentlich am Rumchillen? Soll er nicht mitkämpfen? Er ist nicht smart. Dachte ich so. Das Smart wäre. Erstmal den raus, damit die alle keinen Bock mehr haben. Sehr gut. Oder auf jeden Fall weniger Lust haben. Ähm. Müssen wir kurz warten jetzt. Oh, nice. Nice, nice, nice. Insgesamt sieht das eigentlich ganz gut aus. Perfekt. Sono, du musst mal hier mit runterlaufen, damit wir die dann anfangen können. Das ist dann. Besonders so ein Org-Berserker-Schwert mit 60 bis 120 Damage. Das hört sich ziemlich krass an. 63. Schade. Hat halt ein Schild. Hat halt ein Schild. So. Wir verteidigen mal Felix. Lauf zu stun. Der war jetzt schon dran. Da können wir hier einfach schnetzeln. Gibt halt ewig viel Fatigue. Ja, plus 5 Fatigue für jeden Nutzen. Ich weiß. Aber wenn das halt hittet. Sehe ich da schon. Oh, du bist ein Berserker. Und dann machen wir das mal so hier. Um unsere Leute zu verteidigen. Hittet wir noch einen werfen. Schade. Auf zu stun mit einer komischen Keule. Ja, ihr da oben könnt ja machen, was ihr wollt. Wenn ihr da drauf geht, ist mir das ja nicht so wichtig. Gehen wir hierhin. Guck mal, wie es weitergeht. So. 88. 95. Ams. Nicht hierhin? Dann hierhin. Dann kriege ich hier oben zwar keine Buffs mehr, aber das ist dann halt so. Irgendwas zu werfen rausgold. Ha. 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 Schade. Wir beschäftigen ihn nur ein bisschen. Während die da aufschneiden. Nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der will fliehen. Das finde ich eine gute Option. Können wir hierhin gehen und dem noch einen Schuss geben? 89 bei 85. Schade. Dann können wir ihm keinen Schuss mehr geben. Also die halten auch echt viel aus, die Leute, die wir hier gerade haben. Also unsere Unterstützung. Bis hierhin dürfte ich laufen. Dann gehe ich hierhin und pikse den. Dann gehe ich hier noch hin und wir müssen dich ein bisschen mehr piksen. So. So. Damit es dir nicht mehr so gut geht. Damit du keinen Bock mehr hast. Riki ist schon ziemlich erschöpft. Deswegen läuft er einfach mal außen rum. Bisschen joggen. Gegen die Erschöpfung. Sehr gut. Sanjuska wirft Leute ab von hinten. Finde ich auch sehr angenehm. Tja. Was machst du jetzt, Xeli? Bist du ein bisschen? Vermut mal, der wird gleich fallen. Dann müssen wir dem seine Position einnehmen. Schade. Regen uns mal hier hin, damit wir hier weiter kämpfen können. Der will den jetzt. Okay. Der hätte mal eher anfangen sollen zu kämpfen, würde ich sagen. Sehr schön. Ist eine Axt, aber trotzdem, ja. Xen sind doch genauso fein. So, es muss nur hier oben die Leute gleich ersetzen, die jetzt hier wahrscheinlich geschnetzelt werden von den Gegnern. 85. Das schmeckt. Ich geh mal hier hin. So wieder ein bisschen den Banner tragen. Hinter den feindlichen Linien schon rumgebannert. Der hier oben wird eh sterben, aber das ist ja uns ja egal. Oder auch nicht. Dann weiche ich den von allem aus. Wahnsinn. Ey. So haben wir nicht gewettet. Vor allem, da gehen wir ran zu steppen, ist ja irgendwie. Ja, schmeißt einfach meinen Typ rein. Ja, Ricky hat keine Ausdauer mehr. Er schmeißt einfach meinen Dude da rein. Ey. 84. 88. Mhm. 88. Rollt ne 91. Jetzt wenigstens. Wir haben nichts mehr zum Werfen. Du scheust, wir müssen uns anders behelfen. Äh, schlecht. Kann ich mit dem noch irgendwie? Ne, kann ich nicht. Bis hierhin komme ich. Oder kann ich den pieksen? Batz. Innen, Rücken rein. Hm. Als ich mich von hier aus schießen darf. Probieren wir das mal aus. Über den hier drüber, auf den dahinter. Guten Tag. Oh, dir geht es halt nicht so gut. Das ist alles klar. Der hat nochmal ein Geschen... Oh, der hat nochmal... Ach ne, das war einer von den Gegnern. War grad kurz abgelenkt. Ich will auch noch Spaß haben. Nein, das kommt so ohne da nicht ran. Du stirbst doch eh gleich als nächstes. Ah, never mind. Vielleicht auch nicht mehr. Das Gefühl, wir rennen sie ihn so ein bisschen. Peaks. Der hat Leaf ziemlich nice. Hat aber auch nicht allzu viel XP gegeben insgesamt. Bisschen Felle. Komisches Fleisch. Komischen Äxte. Ne Head-Splitter-Axt. Alles nicht so geil. Oh, der hat den Auftrag erfüllt. Okay, ich bin mir für alles, was ich nutze. Du findest nichts, was du annehmen kannst. But you can do, you do find a stack of, of dead knights. Their pay warmed and maggot burgled Fails, such as they'd been here the while. Who knows what their Orcs were doing with them. Okay. Return to Himmelsdorf to collect our pay. Was halt jetzt ewig weit weg ist. Okay, ähm. So, wir müssen mal kurz gucken. Wo haben wir denn die Giftleute? Wir müssen ja euch wieder... Was zum Shantin geben. Ja, zum Schaften. So. Ja, Njushka hat noch ein Level Up. Sehr schön. Ja, dann das und das. Njushka trifft auch ziemlich gut, glaube ich. So, ähm. Aktuell bist du ein Schwertmensch. Aber bei dem Skill, den du hier entwickelst, könnten wir dir auch irgendwas anderes geben. Ich glaube, da würde ich noch mal erwarten, was für eine Spezialisierung ich von ihm will. San, das hätte ich gern. Boah. HP. Resolve. Äh, hier Fatigue. Skill of 70 ist schon geil. Ranged. Hmm. Hmm. Finde ich ein bisschen HP oder Resolve? Resolve geht, glaube ich, mit meinem Sergeant. Deswegen würde ich, glaube ich, lieber HP nehmen. Und als Perk kannst du jetzt Battleforged kriegen. Tatsächlich. Für weniger Armor Damage. Let's go. Kriegst aktuell noch schon 12% weniger Armor Damage. Dann Njushka hat den Perk. Das war's. Achso, bei dir könnte ich die Throwing auf jeden Fall nehmen. Weil Throwing wirst du bleiben. Damage is increased when attacking at two tiles distance. Damage is increased when attacking at three tiles of distance. Mehr Damage vom Werfen? Das sehe ich ihn schon. Und weniger Fatigue. Einfach weil er halt einen hohen Wurfskill hat. Ja, doch, doch, ja, doch. Hier, wir nehmen mal eine Throwing Mastery. Doch, das hört sich gut an. So, mit dem Bergau nehmen wir das Salz mit. Let's go. Schön, dass dann plötzlich nochmal eine Hilfe von der KI kam. Das ist nicht eine gute Variante. Da habe ich ein bisschen Lack gerade. Bei den Lindwürmern Hilfe gekriegt. Och, Org Marauders. Nee, du. Lass mal. Lass mal nicht machen. Hm. Muss man den Bergau erstmal warten, bis die Runde, bis das vorbei ist. Marauding Greenskins. Less Items for Sale, less Rack Roots for Sale. Ach. Eventuell kriegt man hier jetzt gar nichts mehr. Das wäre natürlich blöd. At Bergau. The arsenal is sent before you is unlike any. The Amarm is piled higher than three men had to feed. Soldiers are lined up. Hm, hm, hm. The riches. Half of them holding religious banner, each adorned with one of the old gods. Clerics and monks walk their lines, speaking to the matter in both earthly and heavenly tone. This is the crusade. The Great Religious Arrest of the Northerns to take on the guilders followers. Okay, also es gibt hier irgendwie eine bunte Versammlung von Leuten mit Klerikern und irgendwie religiösen Bannern. Und irgendwie, dass auf den Bannern sind die alten Götter drauf. Ja, ihr seid doch Söldner. You'll be on the righteous path, I know it. And the old gods will watch over us all. Do buy them well, little scapegrace. Okay. Ich glaube, ich habe einen heiligen Krieg. Und die wollen das Notvolk irgendwie besiegen. But first you will do it right by the white rail and getting a fat purse from all the actions to outcome. Okay, also der Typ sagt, hey, ihr seid doch Söldner. Ja, ihr folgt dem, folgt dem heiligen Pfad. Ihr seid auf dem, ja, auf dem richtigen Pfad eher. So ein bisschen, the righteous ist ja so ein Mix aus heiliger und, und korrekt, korrekter Pfad. Ähm, ich weiß es, und die alten Götter werden über uns alle wachen. Ähm, ja. Und wir sollen ihnen Gutes tun. War is upon us. Okay. The fuck? Along the road, you come across a man following the reins of a lanky horse, whose mania has been stained by the days of the horse. Oh nein, das ist dieses. Okay, 300 Kronen, um gegen das Pferd anzutreten. Und wenn wir gewinnen, kriegen wir 900. Nee, das habe ich einmal gemacht. Das machen wir jetzt. Nee, nee, nee. Wobei es immer noch, es gibt gute Laune, aber ich glaube, die Laune ist ganz okay sogar. Aktuell. 371, glaube ich, immer noch ein okayer Preis. Das ist 7 Tage, das ist 11 Tage haltbar. Das ist deutlich besser, wenn das 11 Tage haltbar ist. Das ist ein günstiger Preis. Und das hier ist irgendwie, das will ich, glaube ich, nicht behalten. Strange Meat. Eating this may seem risky, but it's preferable to starving. Da habe ich halt wenig Bock drauf, dann kaufe ich mir lieber noch ein bisschen davon. So, hier haben wir Fälle. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Himmelsdorf zurück. Erstmal nach Sandstadt, das Salz bringen. Müsste eigentlich auch gehen, ganz gut. Während wir alles wieder heilen und so. Da gehen wir halt 2000, das ist schon sehr, sehr geil. So, hier 490. Geil, einfach 150 plus. Das können wir verkaufen, die Fälle. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier so für Leute? Immer noch den, den wir irgendwann... Hier hätten wir tatsächlich noch einen Poacher. Einen Retired Soldier will ich nicht haben. Einen 5000er Oath-Taker. Kann ich aber nicht holen. Ich weiß nicht, wenn ich die Tryout, ob die dann länger bleiben. Ich lasse es erstmal. Wir gehen erstmal das Geld holen. Wir gehen erstmal die Kohle holen. Gibt es eigentlich einen Grund, warum du ein vereinfachtes Bild eines Herzschlags im EKG benutzt? Das ist ein altes Logo von mir. Tatsächlich. Das ist ein altes Logo. Das ist... Ich habe mich mal früher The Line genannt. Und da fand ich das ganz witzig, dass das dazu passt. Genau. Und das ist einfach mein altes Namenslogo. Das habe ich noch nicht ersetzt. Ich heiße zwar jetzt irgendwie schon ein halbes Jahr Better Ben. Aber... Genau. Ich habe es noch nicht hingekriegt, das zu ändern, ein neues Logo zu entwerfen. Ich bin da zu faul für, ehrlich gesagt. Und zu geizig jemanden zu bezahlen. Ist so. Das ist Grundlegende. Würde ich behaupten. Gibt es nochmal ein größeres Schild. Aber die haben Ambush Trade Roots. Achso, den Kram kann ich glaube ich einfach verschlökern. 21 ist okay. Hier die billigen Sachen. Ich glaube ich... Die Axis mit 37 ist noch 400 wert. Dann sollte man die glaube ich reparieren. Tolux, herzlich willkommen im Stream. Dankeschön für dein Follow. Ich hoffe du hast Spaß. Mit 500 ist auch noch 100 wert. Dann reparieren wir den ganzen Kram doch mal. Hier haben wir noch einen besseren davon. Bäm! 500 Kronen aus Dogfights gewonnen. Hast du jetzt gerade so ein random Event gehabt oder was? Mit Dogfights. Tempel. Kümmer die Pierce Zeit. Aber ist eh in ein bis zwei Tagen dann. Gerne. Danke für deine nette Unterhaltung. Uh. Ich fühle mich so geehrt. Dankeschön. Plus, plus. Nice. Äh, ja. Dann nach Himmelsdorf. Ab geht's. Unser erster Nobelauftrag. 1.900. Denken sogar ziemlich gut. Den hätten wir vielleicht sogar selber geschafft. Mein Gott, wie cute. Äh, frag mal Lumi. Bergo no longer has marauling Greenskins. Das gab ein Achievement. Meddling with the Nobles. Oh, yes. Yes. Scheiß auf den Oath-Taker. Nehmen auf jeden Fall einen von denen mit. Nur 3.700 für nur 3.200 Waffen zahlen. Let's go. Wer von euch beiden ist besser? 67. 76. Du bist noch deutlich besser, Ben. Wobei, bist du verletzt? Ne. Ben ist noch deutlich besser. Ben the Antihero kriegt jetzt die richtig fette Armbust. 50 bis 70. 50, 75. Die Hälfte davon hat, die das ignoriert, ist so krass. Aber macht halt auch wieder noch mehr Fatigue. Ja, 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 ja. Weil ich mich die verkaufen will. Hallo Solo. Diese schönen Pipo-Emotes sind einfach supi. Ich repariere, glaube ich, auch noch. Dich brauche ich nicht reparieren. Weiß nicht, ob ich das hier reparieren will. Ich habe die letzten beiden Levels nur plus 2 Range auf meinen beiden Fernis bekommen. Ja, ne? Das ist immer so ein, oh no. Wobei, plus 2 ist Average, wenn du keinen Stern hast. Noob? Noob ist auch cute. Einfach, wie er sich freut, dass er das Noob-Schild hochhalten kann. Ist so cute. Finde ich gut. So. Ich behalte es nochmal. Mal sehen. Oh mein, wie viel habe ich denn eigentlich von meinem Inventar verbraucht? 53 von euch. Ja, ich habe Platz. Er hat einen Stern. Also Minimal Roll. Hm. Das ist natürlich dann schlecht. Das ist natürlich dann schlecht. Kann man hier irgendwas kaufen von euch sinnvoll? Ne, irgendwie nicht. Hm. Da gehe ich mal nach Grafenhafen und gucke mal, was da abgeht, oder? Mal sehen, was da abgeht. Guck mal da vorbei. Ja, okay. Das mit der Facke ist vielleicht nicht mehr so süß. Aber du willst eher zum Aufregen, ne? Ah. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder einen. Das ist eigentlich ein Ort finden Bereich. Die Open Appointment. I'm, I'm tied on crowns. So, before you ask, this is all I have right now. You'll be paid 76 Kronen pro Kopf und 30 Köpfe kann ich. Moment, da muss ich rechnen. Das ist also nicht was entdecken, sondern das ist irgendwie Patrouille schieben oder sowas. Ähm, 76 mal 30. 2000 kann man kriegen. Petra the road to Roadborg. Petra the road to Himmelsdorf. Petra the road to Grafenhafen. Return within five days. Wo ist ein Grafenhafen? Grafenhafen ist doch... What? Ich bin doch in Grafenhafen. Sad, Bubas, Happy, ja. Das kommt ungefähr hin, ja. Weiß nicht, also das ist ja nur, ich krieg was, wenn ich jemanden umbringe. Aber ich krieg noch Goodwill von ihm. Das dürfen wir nicht vergessen. Er mag mich dann, wenn ich das gemacht hab. Okay. So. Das heißt, wir sollen einmal nach Rotburg. Rotburg? Petra the road to Roadborg. Aber, okay. Achso, das ist eine Patrouille. Okay. Dann Grafenhafen und dann nach Himmelsdorf, ne, war das. Let's go. Und wir müssen jetzt sogar Leute aktiv angreifen, weil sonst kriegen wir keine Kohle. Gibt mir gar keine Kohle. Ist natürlich blöd. Roadbook now has safe roads. Uh. More Items for sale. Buying Items for more. Selling Items for more. Gibt's noch Hunde? Tempel? Armor Roar? Weaponsmith? Der Name ist richtig. Und mein Flailer hat jedes, seit 5 Leveln, jedes Level plus 6 Resolve bekommen. Der hat 20 Resolve. Ja, mach doch um zum Sergeant. Dann sollte er nicht flailen. Oh. What? Ich würde gern mal eben 10.000 Kohle übrig haben. Und nen Oversized Bloodthirst in One Hand Cleaver. Die Fatigue ist super niedrig. Also bei dem vor allen Dingen. Ne 6er Fatigue ist doch nicht viel, oder? Für so ein... Was hast denn du? Du hast ne 8er Fatigue. Und das ist noch ne Stufe höher, das Ding. Also ich würde sagen, bei dem ist das Besondere die niedrige Fatigue. Named Weapons, ja. Murderous Shower und Oversized Bloodthirst. Thirst. Aber ich glaube, ich habe niemanden, der auf Cleaver geht bei mir. Also hier, ich muss mir bemerken, hier unten kann ich richtig krass Waffen kaufen. Auch hier, Military Cleaver One Hand. Mehr als der Tier 3 Flail. 7 bis 25 mehr Damage als der Tier 3 Flail. Und noch niedriger Fatigue. Also das Ding ist... Ja, geil. Aber ich habe niemanden, der es glaube ich gut benutzen kann. Aber hier kriege ich auch... Hier kriege ich auch einen besseren Dagger noch. Zum Beispiel. Der einfach mehr Damage macht. Nochmal 5 mehr. Und mehr Armor ignoriert. Äh, besser, effektiver gegen Armor ist. Wobei das beim Dagger wurscht ist. Ja, 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 ja. Doch, hier unten gibt es echt geile Sachen. Holy fuck. Aber die Handelspreise sind ziemlich rigged. Und die 10.000 kriege ich eh nicht zusammen. Aber auch Arming Swords. Also wenn ich einfach nur sch... Wenn ich das Geld habe, kann ich hier gut kaufen. Xan, ich habe sogar eine Named Rüstung. So ein Donatus Ward. Well-Craft piece of Lamella Armor. It is covered with beaten gold, which makes it truly stand out. Was sind die normalen Laminar Armor? Die überhaupt irgendwo... Oh, hier nochmal ein... Unruly Desert Crest. Sind auch nur 14... 33.000 sind das, ja? 33.000 für die Rüstung sogar. Und 18.000 für den Helm. Noble Male. Male Shirt. Ach, die 18.000 waren der Helm. Ja, hier ist 18.000 und da ist 33.000. Aber auch 320 Rüstung ist halt... What the fuck? Kannst dich langsam mal ein bisschen erholen hier? Will heal by tomorrow. Okay, ähm... Wo sind wir jetzt hin? Petro, the road to Himmelsdorf. Okay, dann gehen wir halt nach Himmelsdorf. Ich will aber hier überhaupt jemanden finden, der hier irgendwas macht, irgendwas Böses. Get paid for every head you collect on the road. Return within four days. Das kriegen wir ja hin. Schnell laufen können wir. Da habe ich extra jemanden gekauft für. Ah, 14 Brigands. Some Thugs, some Marksmen, some Raiders. Some... Ja, guck mal, das kriegen wir doch hin. Kommt her, ihr Schweine! Empty take stock of your supplies and wonder if resupplying is a good idea. Then at the dim lights of a pub you also wonder if quick drink wouldn't hurt either. Aha. Engage! Ich will das Geld haben. Himmelsrand? Nee, Himmelsdorf. Ähm... Ihr habt drei Ranges. Okay, der hat jetzt halt... Ich frage, es kommt ihr ran? Wahrscheinlich nicht. Ich bleibe einfach erstmal in Formation stehen. Aua. Der hat auch nicht geschossen, logischerweise. Die switchen... Was ist denn das für eine Aktion? Jetzt wird der Beziehung rumgeswitcht. Okay, ihr kommt schon so ein bisschen ran. Oh, hallo! Hier sind ja noch Leute. Da sind ja noch Leute. Hier ist frech. So wurde das nicht geplant. Das Gefühl, ich muss es mal hier nach oben mit dem ganzen Kram. Äh, bleib mal kurz stehen. Jetzt muss ich mir das schon ein bisschen angucken. Viele von denen haben gar keine Kopfrüstung, ja? Hm... Ich würde gerne oben anfangen, irgendwie mit Moven eigentlich. Oder... einfach... gar nicht. Neee. Komm einfach ran, das ist auch noch okay. Das ist auf mich. Machbare Optionen 69, 34, dann werfen wir dir das im Kopf. Nice. Dann machen wir Dada und Dada und Dada und dann hast du schon gar keinen Bock mehr so richtig. Und dann machen wir noch Dada und Dada und dann bist du komplett raus. Äh... Dann können wir hier noch Dada machen und... so einen 49er-Hit nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob es will, dass da oben alleine hält, ehrlich gesagt. Ich würde da, glaube ich, gerne noch einen hinschicken. Xeli. So. 62. Schade. Können wir den hier unten anschießen mit 84. Wie geht's denn so? Hallo. Ich hab eine Armbrust dabei, eine fette. Ich mach das alleine. Hallo, Zwubel. Mach der man nicht alleine. Ist gefährlich, wenn man Sachen alleine macht. Toll. Danke, ist auch nichts. Hast du ja richtig gut getroffen. Hast du ja richtig gut getroffen. Xeli hat dir geholfen da oben. Außerdem ist es Zwubel der zweite. Und da wir nicht Zwubel den dritten haben wollen... Oh, ich darf ja noch an... Ah, dämme darf ich nicht. Upsi. Nicht zählen. Steppe ich noch... Du bist ja noch dran, ne? Also kann ich schon mal dran steppen und dem noch einen versuchen zu hitten. Schade. Sehr schön. Zwubel der allerletzte. Ja, hoffentlich nicht. Okay, die Ballen da wird um sich. Wenn sie nicht den gezielten Schuss machen, ist das sogar gut, weil dann können sie relativ bald nicht mehr schießen. 72, 76, 71. Hier unten ist ein bisschen... Nehmen wir den. Ben müsste mal sterben, das sehe ich gar nicht so. Ja, Ben hat nur seinen eigenen Leuten in den Rücken geschossen, aber ansonsten ist der fein. Ansonsten macht er tolle Arbeit. Da sehe ich gar nicht ein, dass der irgendwie sterben müsste. Oha. 8K auf Tasche? Wer hat 8K auf Tasche? Was? So, das schiebe ich erst mal... Will ich hier runter schieben? Habe ich... Wait a second. Warum hat so ein Zwubel eine 38er Chance, den zu stoßen? Ah, weil er scheiße ist. Das erklärt einiges. 49, 31... Oh, ich kann euch beschießen. Nur 29, ey. Das ist echt ein bisschen weit weg. Probier mal. Stoßen, ja. Ich wollte ihn wegstoßen, aber wegstoßen war irgendwie nicht erlaubt. Hallo. Xan kann übrigens treffen. Xan ist da ganz gut drin. Und John auch. Okay, da hast du schon keinen Bock mehr. Dann können wir eins weiterlaufen. Dich versuchen bewerben oder dich? Na dann so. Hallo. Erstmal stun. Du bist raus. Geht's nicht mehr so gut. Um mit dich hier runter zu schubsen. So. Und stellen uns oben drauf. Sehr schön. Ähm. Okay, du rennst. Dann können wir uns hier hinstellen. Und defenden. 66. Yes. Der rennt auch. Sehr schön. Wenn ich hier hinstelle, kann der auf mich schießen. Das will ich nicht. Der kann immer noch. So wie ich jetzt stehe. Das ist das Problem. Okay. Das ist fein. Das ist auch noch fein. Minimaler. So. Jetzt kann ich auf dich schießen. 57. Wie weit darf ich denn laufen, bevor ich noch schießen darf? Hm. 64. Dammit. Dammit, 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 dammit. Das ist nicht so gut gelaufen. Hallo. Wie geht's denn so? Bin ich mal hier dahinter. Das können wir mal hier ran, damit du nicht mehr piekst und aus. Perfekt. Ähm. Das tun wir hier, glaube ich, noch hingehen. Genau. 52. Zack. Wieder mal gestunt. Das war also Quatsch eigentlich. Aber naja. Was soll's. Er hat nämlich dann noch den Platz geblockt. Hallo. Kommt ein Xan vorbei. Kann hier einen Schritt ran gehen und einfach über ihn drüber werfen. Ne, können wir nicht. Dammit. Das ist ja blöd. Dann gehst du jetzt in den Nahkampf. Für nächste Runde. Hier. Geil. Kopftreffer. Richtig gut. Richtig gut. Dann kann Ricky hier weiter ran gehen. Perfekt. Du rennst. So wie ich das sehe. Stellen wir dich mal. Nachdem wir dich gestunt haben, finde ich das eine sehr gute Option. So, es ist Zubel da oben am Rumchillen. Dann machen wir das doch so. Der rennt auch. Sehr schön. Vielleicht geht's allen nicht mehr so gut. Dann wird er jetzt totgepiekst. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, der kommt raus. Die Sau. Der kommt da auch raus. Ich glaube, es hackt. In die muss ich jetzt mal rein, damit die hier aufhören zu ballern. Damit die aufhören zu ballern, muss ich da jetzt mal rein. Mit dem ist das mal hier vorlaufen. Ja, ihr seid ja eh am Rennen. Dann kann ich hier weiter auch nach vorne laufen. Wenn ich zum Aufhören zu rennen, bitte. Please stop. Aber du darfst jetzt nicht mehr ballern. Du holst den Kill. Finde ich eine gute Option. So. Hallo. Oh, der ist gefährlich mit seiner... ...seinem Quatsch da. So, Zwubchen hat sich auch einen Kill geholt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Xe, die kommt ran gelaufen. Guten Appetit. Batsch. Schade. Ein Schild-Dimage, ey. Schild-Dimage ist ein bisschen suckig. Sehr schön. Der rennt immer noch, die Sau. Ich brauche doch die Köpfe von euch. Stop it. Guten Tag. Ich kriege es mal den mal kaputt. Der haut ey wirklich zu. Holy moly. Okay, irgendwie trifft es... Sonics hat hier eine Verletzung. Deswegen trifft er nix. Oder doch. Ne, soviel zu den 30ern. Xan, wir hatten das heute schon mal. 30er, die Hitten. Und die 90er, die daneben gehen. Thema war schon mal heute dabei. So, Zwubel umstellt mit. Zack, jetzt rennt er auch. Geil. Hier geblieben. Ihr Schweiner. Ne, ich würde eigentlich gerne noch versuchen, down zu runnen. Vielleicht kriege ich ja noch einen von denen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich die noch kriege. Ich glaube, die sind nicht vor dem dran. Das ist das Problem. Doch, sind sie. Haha. 70 Kronen mehr. Aus dem Fight. Da sind sie beide vor dem dran. Ach so, ja klar, weil er flieht. Die Fliegen sind immer... Oh, da ist noch einer. Den habe ich komplett übersehen. Upsi. Guten Tag. Ich glaube, der ist raus. Das ist nur noch genau einer, ja. Schuss. Perfekt. Dankeschön. 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 Sehr schöner Fight. Sehr schöner Fight. Aber mehr als 111er kriegt man, glaube ich, nicht daraus. Jetzt haben wir hier 13 Köpfe bekommen. Jetzt müssen wir zurück nach Grafenhafen. Sehr, sehr gut. Wieso sind hier drei fucking Lindwürmer, Mann? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Lauf doch nicht zur Straße zurück. Ich weiß nicht, wie ich schneller bin als die Lindwürmer. Keine Ahnung. Ich glaube, ich fange aber vor den Lindwürmer an. Aber ich frage jetzt, ob ich weiterlaufen kann als die Lindwürmer. Oder ob die genauso weit laufen wie ich. Aber ich sehe sie zumindest nicht mehr. Die scheinen nicht so krass aggressiv zu sein. Das sind aber auch einfach nur drei fucking Lindwürmer. Also sobald du da zwei auf dem Haufen hast, ist das super krass. Dann musst du extreme Defenses haben, damit du nicht gehittet wirst. Weil ja auch deine Rüstung die ganze Zeit verbrutzelt wird und so. Also, eigentlich brauchst du gegen die extreme Nimble-Tanks. Wenn du nicht so viel Rüstung hast, die von dieser Leure aufgefressen wird. Ich glaube, fliehen senkt die Moral, ne? Glaube ich. Nippelfanks. 988 Kronen krieg mal. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, für die Moral. Für die Moral. Ich glaube, nämlich das senkt die Moral. Man flieht, oder? Ja, retreated von Battle. Genau. Das möge sie nicht. Wenn man das macht. Die sind hier so die Pricer. Gute Pricer. Ja, Pricer sind okay. Ich will mal ein paar verkaufen. Ich kann auch das verkaufen. Die werde ich nicht benutzen. Das ist ein schlechtere Flail. Das ist ein schlechtes Schwert. Das ist Kopfrüstung, die ich nicht mehr benutzen werde, denke ich. Das auf jeden Fall. Neunziger. Die 110er werden wir, glaube ich, nochmal reparieren. In dem Fall, dass wir da nochmal was brauchen in der Richtung. Euch kann ich verkaufen. Ja. 330. Also die Ember Shards sind auch nicht gut zu verkaufen. Da habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht damit. So, was haben wir jetzt hier? Eine Karawane. 21 Kronen pro Kopf. Und 1000, wenn der Job done ist. Nach Ogna. Nach Nordosten. Oder 70, 280. Return Tomb of Arcanology. Das habe ich letztens gemacht. Dieses krass niedrigen. Das ist einfach nur ein extremer Lowball. So, Ogna ist da oben. Können wir hier mit Tannheim und Westernholz ein bisschen abgehen. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch okay. Jetzt, wo die Nobles. Für die Nobles haben, können wir, glaube ich, Filzmodes, Westholz, Westernholz, Erzfeste ganz gut machen. In der Nähe. Ja, die sind schon ein bisschen, die freuen sich schon ein bisschen über uns. Patrol the realm, destroy an Ork Encampment. Aber ich glaube, ich würde mich schon eher mit denen hier anfreunden, mit Haus Winterhall, Haus Rabenhold und Haus Gotha. Haus Gotha hört sich einfach nur scheiße an. Named Rüstung und Named Helm gelootet, okay. Ich hätte gerne 160er Rüstung, einfach mal so for free. Wäre ich gern dabei. Würde ich mal die Karawane nach Ogna annehmen. Das hört sich eigentlich ganz okay an. Ja, let's go. Außen kommen wir so da hoch. Da wieder ein bisschen rumtraden. Würde ich ganz gerne. Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe nicht nachgedacht, da waren die Lindwürmer gerade, ne? Ich glaube, die mögen uns gleich nicht mehr. Ich habe so einen Verdacht, was hier kommt. Mit sechs Gegenden, das sind die Lindwürmer. Fuck it. Nope. 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 Scheiß auf die Karawane. Das sind mir 1000 Kronen nicht wert, komplett gewiped zu werden. Weg hier. So schnell wie möglich. Also die Lindwürmer kommen aber auch nicht ran von alleine, ne? Also wenn du nicht in ihre Sichtweite gehst, habe ich das Gefühl, bleiben die einfach auf der Stelle stehen. Das ist denen wurscht. Die Karawane könnte einfach rausgehen, aber machen sie nicht. Ja, ist dann halt so. War nicht gut nachgedacht. Ne, ne. Tschüssi. Wir verschwinden von hier. Ja, die Lindwürmer bleiben einfach stehen. Spannend. Ja, ja. Das ist mir jetzt egal. Lindwürmer am Arsch. Weg hier. Wie hat das? Achso, Lindwürmer. Also okay. Wir sind jetzt in einem World State angekommen. Bei Tag 83, da passieren Dinge. Viel zu viele Dinge. Können wir theoretisch noch einen davon kaufen. Könnte ich theoretisch machen. Die Frage ist, will ich das? Wie viel grüßt? Es ist 60% mehr Fatigue für 10 Range Defense mehr. Ich glaube, ich will mir nicht noch einen gerade davon kaufen. Von meinem Geld her. Was ist das hier? 10 Kronen pro Kopf. 600, wenn der Job dann. Na, Granitschanze. Ah, dann nehmen wir doch das. Wir hoffen, dass es nicht direkt wieder schief geht. Komm, Granitschanze. Let's go. Also ob der nächste Lindwürmer direkt kommt. Direkt um die Ecke wartet. In Gelbstadt kurz zwischendurch. Stoppen. Was geht denn hier so ab? Geht einiges ab, oder? Achso, ihr seid wieder Ambush Trade Roots, ne? Dafür bezahlt ihr saugut. Dafür bezahlt ihr saugut. Ähm. Das glaube ich nochmal verbessern. Weil wir sehen hier, wir kriegen schon irgendwie 40 mehr. Dich brauchen wir aber nicht verbessern. Dich brauchen wir nicht ausbessern. Und ich glaube, den Scam-Max werde ich auch nicht benutzen. Deswegen verkaufen wir den jetzt einfach. Äh. Den. Das Schild sehe ich nicht so. Guck, dass das so geil wäre. So. Ja, haben wir noch ein paar Sachen verkauft. Hier ist gerade richtig teuer. Armorer. Der Armorer hat logischerweise gar nichts. Außer einen Heater-Shield. Einen Heater-Shield sehe ich eher. Mit der 5 mehr Melee-Defense. Tempel. Pierced Hand. 1 bis 3 Tage. Das würde ich glaube ich doch ganz gerne fixen. Für 160 ist das okay. Gibt es ein paar gute Leute. Einen Disowned Noble. Er hat halt Resolve. Unterste Kanone. Das würde man glaube ich nicht haben. Bei den Witch-Hunter sind glaube ich die Face-Sets nicht so geil. Adventurous Noble. Das ist glaube ich besser tatsächlich. Wir hätten glaube ich gerade fast das Gold ihn zu kaufen. Wenn er gut wäre. Er fängt. Er hat einen Stern in HP. Determine ist krass gut. Er hat echt gute Ausrüstung. Er hat einen guten Melee-Skill mit noch 2 Sternen drin. Also er wird. Und er hat sogar Fatigue glaube ich. Okay. Er hat Fatigue sehr gut gerollt. Das Einzige was glaube ich nicht gut gerollt hat. Ja es ist. Okay er hat. Er hat sogar ganz die Range-Defense okay gerollt. Gute. Gute Melee-Defense. Ja der Range-Skill ist mir egal. Richtig insane. Also. HP ist. Ja ist Unterdurchschnitt. Ist richtig. Aber dafür hat er einen Sternen. Also. Ich glaube das gleicht zumindest das Unterdurchschnittliche aus. Und der Rest ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist. Wen würden wir dafür ersetzen? Wahrscheinlich Zwubel. Weil Zwubel glaube ich schlechte Stats hat. Wo ist er denn jetzt? Da ist Zwubel. Weil Zwubel halt eigentlich nur HP hat. Und sonst nix. Obwohl er keinen großen Abzug hat. Die Alternative wäre Sacred. Aber ich glaube Zwubel ist halt mit dem 50er Hitchance echt schlecht. Echt echt schlecht. Auch wenn er strong ist und dadurch mehr Fatigue hat. Und mehr XP kriegt. Wie viel würde mich das kosten? 280 um ihn zu retieren. Du bist schlecht. Hey. Ich würde ihn gerne glaube ich mitnehmen. Wo ist er? Nicht den falschen. Aber wir sind den hier. Ah ja. So. Sir Erkenbrand. Dann bist du jetzt. Sir Zwubel der Dritte. Würde ich sagen. Oder möchte jemand anderes nehmen wir noch nicht haben. Tulux? Können Tulux nehmen. Dann ist er Sir Tulux. Entschuldigung Zwubel. Wir werden dich wiederfinden. Einen. Einen für dich. Jetzt. Pay Compensation. Permanently leave you and place this current equipment. Achso macht er sowieso automatisch. Okay. And place this current equipment in the stash. Okay. Er hat ein. 130er Rüstung. Ich hab dich jetzt tatsächlich sogar los geworden. Bei mir gibt es Xan, 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 Xan und zweimal Sono. Hä? Aber dann gibt es ja. Dann gibt es ja nochmal zweimal Xan extra. Das verstehe ich nicht. So. Er hat jetzt schon einen. Wir könnten ihn auf Hammer gehen lassen. Tatsächlich. Wenn wir wollen würden. Er braucht jeden Fall einen Helm. Minus 5, minus 9. Wird alles geben. Ja. Du bist sogar Surtolux. So. Direkt mal. Plus melee. Die Defense fixen. Das ist ein Low Roll. Wenn wir zwei Sterne haben. Von daher wollen wir den eher nicht. Er hat sogar 55 Resolve. Ich glaube ich nehme eher den Vierer Fatigue Roll. Mit. Es sollte uns schon einiges bringen. Du brauchst noch ein Schwert. Du brauchst noch das. Wir hatten jetzt niedrige Resolve bei uns. 45, 44, 47, 47, 47. Du hast schon ein Resolve Verbesserung. Dann kriegt Ricky. Weil der ja aushalten soll. Den stelle ich immer mal vorne rein. Noch eine Verbesserung. So. Genau. Dann haben wir glaube ich die Sachen erstmal geklärt. Und du kriegst natürlich Colossus. Weil ich glaube dich werde ich schon mit in die Frontline stellen. Da Colossus. Yes. So. Mail Patch auf die Named Armor. 180 für 8 Fatigue. Warum ist das jetzt so ein... Warum bist du da jetzt nicht happy drüber? Mail Shirt. So. Erkastete Combat Noble. Wir haben den ersten Noble in unserer Truppe. Müssen wir halt gucken, dass wir auch wieder Sachen verkaufen. Kaufe ich glaube ich das mal noch. Sicherheitshalber. Weil wir echt nur noch 4 Tage. Und ein Fallschirm verkaufe ich auch noch. Och, ja. Ja, 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 ja. Und das Lindwurmblut auch. Damit wir die Cola haben. Das haben die 90er Rüstungen auch. Ach, Fatigue. Das ist doch gut dann. Aber dann verstehe ich dein trauriges Smiley nicht ganz. Das meine ich. Das meine ich. Ich verstehe dein trauriges Smiley nicht ganz. Rüstungen. Haben wir noch eine richtig schwere Rüstung? Ja. Let's go. Es ging vor zwei Tagen los. Was ist denn Fallenstar? Ich weiß nicht, was Fallenstar ist. The fire of religious turmoil burned bright. During camp, you watch as the man showdown on plates about as colorful as the man's personalities. The bride, the company with such a good diverse stock of food has raised their spirit is good. Sehr schön. Wir gehen aber zu Granitschanze. Warum laufen wir denn? Jetzt laufen wir hier komplett außen rum, ne? Für 300 Arme mit null Fatigue. Acht sind mindestens sieben zu viel. Okay, okay. Ich kriege nur 600 an Completion. Das ist optimal. Ah, Orc Marauders. Ja, Sotilux, wir müssen ein bisschen schauen. Du bist noch nicht wieder geheilt, obwohl getreatet. Dich, glaube ich, mal in die Mitte stellen. Weil wir werden... Oh, da ist natürlich eine gute Variante, wenn die Company uns die Marauders abnehmen. Da kriegen wir nur kein Geld dafür. Oh. Ich glaube, die Marauders haben aber mit der Company den Boden gewischt. Habe ich so ein Gefühl. Hallo. Oh, sehr gut. Ich will den High Ground wahrscheinlich. Sacred Atlas, wo er doppelt zuhauen kann, ne? Wenn er jemanden killt. Kannst du schon schießen. Oh, nice. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, du wirst jetzt schwer treffen. Oder auch nicht. Oh, du triffst einfach alles. Das finde ich sehr gut. Stehe eigentlich ganz gut aktuell gerade. Äh, du wartest. Du wartest. Du wartest. Kannst, glaube ich, schon den machen. Dürfen werfen. Hier ist, wir dürfen werfen. Sehr schön. Schon einen platt gemacht. Wo die überhaupt drankommen. Wer ist denn der üble? Der ist der üble von denen, ne? Org Warrior, Org Young, Org Young, Org Young, Org Young, Org Warrior. Zwo, vier, fünf, sechs. Einer fehlt noch. Du verteidest. Du verteidest. So, Tillox verteidigt sich auch. Und du gehst da runter und verteidigst. Da kommt der letzte an. Bist du ein Young? Du bist auch ein Young. Okay. Dann gehst du hier hoch. Und warte es, bis wir in Range kommen. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube, da brauchen wir es mehr gerade. Ich würde mit Xan eigentlich angreifen. Da gehe ich mir richtig, glaube ich, lieber hier hin. So, jetzt haben wir hier ihn schon. Noch einen Org Young ohne Rüstung. Da sehe ich doch einen Opfer. Na, scheiße. Die Verteidigung hilft also nicht gegen den Charge. Au. Das ist schlecht. 63. Nice. Okay, die werfen. Die werfen viel zu viel. Welcome to the Hamlet. Urbino Army, danke schön für den Follow. Herzlich willkommen in meinem Stream. Wunderschönen guten Tag und guten Morgen. Zwei-Leute-Gestunt. Das ist natürlich schlecht, ne? Durch den Charge. Und der... Das hilft nicht. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Uh. Wir wollen jetzt, glaube ich, einen Schritt seitigen, damit er wieder rein kann. Das ist ein Berserker, ein Round-Slash-Schrift. Ich habe keinen Berserker. Ich habe einen Org-Warrior. Ich habe keine Berserker hier dabei. Keinen... Ist das hier die Fernkämpfer, die Youngs sind? Das ist... Die haben halt schon gehittet. Das ist echt doof. Ich glaube, ich will, dass Riki hier mit reingeht. Also Xan rein. Rotfeder deckt die Seiten ab. Machst den Schritt hier mit rein. Und wirfst den nichts an den Kopf. Scheiße. Wir so schlecht hitten, ist ein bisschen ein Problem. Hmm. Ich glaube, Sertilux will ich eigentlich jetzt nicht direkt benutzen. Ich stecke dich mal hier, dass du auf die Range-Dudes hinten gehst. Wenn dann... 95, 95. Yes! Falls du rankommst hier gegen den... Du gehst komplett außenrum. Hört auf zu werfen. Oder zu treffen zumindest. Das ist auch okay. Wenn ich treffe, ist es für mich sogar deutlich okay. Ja, ich schau. 84. Oder ich gehe hier ran. 94. Yes! Hier ran. Und den rausnehmen, ja? Yes! Danke! Sehr gut, Sonic. Sehr, sehr schön. So, was haben wir den jetzt zum Piksen? Oh Gott, der hat ja... Der hält ja einiges aus. Uff! Schlechte. Jetzt dürfte er aber... Ne, hier unten ist noch einer. Darf nicht dahin. Sieht man echt schlecht. Das ist ja aber Zone of Control. Also... Daher muss ich, wenn, dann hier hingehen. Sehr schöner Hit, Rikki. Sehr geil. Ähm... Stun ihn! Jawohl, danke. Jetzt ist der raus. Eigentlich müssen wir den da oben stun, ja? Dann können wir hier zu ihm durchgehen. Und ihm noch einen Hit geben. Dem Ork Yang. Der nicht mehr schießen kann. Und du gehst jetzt auch an den Ork Yang ran, der auch nicht mehr schießen kann. Sehr gut, Sotelok. Sehr schön. Den Piksen wir jetzt kaputt. Sehr gut. Du bist gestunnt. Hast du eine sinnvolle Defense? 27er ist nicht so geil. Dann will ich, glaube ich, lieber mit dem anderen da hochgehen, wenn dann... Und steche ich mit dir einfach auf den ein. Der kann auch warten, für den Fall, dass der rankommt. Macht er nicht. Okay. Dann müssen wir ihn aber taggen, damit er uns nicht hier unseren... unseren Mann... Uch, ne. Xeli? Du hast eine 37er. Yes. Daran und verteidigen. Dann müssen wir jetzt Xeli hinterher move'n. Ich glaube, der hat eine Range Weapon, oder? Ich glaube, der hat eine Range Weapon. Was echt doof ist. So, der ist nicht mehr gestunnt. Du hast ein bisschen wieder auf den schießen. Der Goal. Der rennt. Finde ich gut. Finde ich eine gute Option. Dann können wir uns nämlich einfach hierhin move'n. Gegen Kopf, komm. Auf den Kopf. Guter Hit. Guter Hit. War jetzt kein Crit gegen den Kopf, aber guter Hit. Perfekt. Nice. Jetzt ist der auch raus. So, dann schneiden wir dich auf. Du rennst. Können wir hier mit Xan zu ihm gehen. Die sind deine Verteidigung, Janjoshka. 17. Das ist nicht so geil. Tendenziell wollen wir dich nicht direkt in die Frontline packen. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch den... Ne, wir haben zwei. Wo ist denn der zweite? Hat der dann in der Mitte, der rennt. Okay, genau. Wie ist deine Verteidigung, Rotfeder? 9. 37. Du könntest also ordentlich mit rein tanken. Machen wir mal so. Schade. Sono. 27. Aber du bist halt unser Stunner, ne? Bei dir, wo man halt, dass du einen Schritt ran machen kannst und versuchen kannst, so ist es dann. Das ist es. Der hat eine Axt. Der hat gar keine Zweier Range mehr. Sehr gut. Das ist der letzte von denen. Nur noch der dicke Dude. Der Warrior. Sieht aktuell sehr, sehr gut aus. Mit echt wenig... wenig Komplikationen. Nice. Gehst schon mal da hin und wartest. Jetzt muss man nämlich mit den Leuten hier ran. Xan, du wirst auf jeden Fall ran. Zerfetzt ihn. Dann Yushka. Ich glaube, den könnte ich versuchen zu stabbern. Weil der hat so viel Rüstung noch. Aber da soll ich nicht diese Runde machen, wenn dann. Ja, wenn ich jetzt ran steppe, kann ich nicht mehr attacken. Versuchen wir mal hier rüber zu laufen mit Sonics. Du hast eh nicht so einen guten Hit-Option. Wie gut bist du mit 70? Auf jeden Fall steppen. Wir gehen schon mal ran. Ja, er ist sehr wild laufen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann hat er keinen Bock mehr zu fighten. Dann können wir wirklich mit allen auf alles gehen und ihn auch versuchen, einfach zu umzingeln. Auf jeden Fall hier schon mal ab, dass er hier oben nicht mehr raus kann. Wenn er sich nicht bewegen kann, ist es nämlich genauso, als würde er gestunnt sein, wenn er laufen will. Aber ich glaube, ich kann nicht ganz den Weg, doch hier unten kann ich den Weg noch zumachen, oder? Mit ihm. Einfach zustellen. Yes. Stell zu. Das ist nämlich gestunnt. Perfekt. Run them down. Wenn so ein Ork irgendwie aus Verzweiflung brüllt, ist das irgendwie ein bisschen traurig. So gefühlt. Ähm. Hm. Ja, dann bleibst du jetzt stehen. Müssen die nämlich dran stehen. Oh, du musst auch nochmal auf dein Schwertchen wechseln. Mit 70 soll sowas mit drin sein, oder? Ja, 95. Hier, guck mal. Solche hier. Jetzt wird gedeucht. Brauchen wir nicht. Jetzt hat er schon dreimal Overwhelm, also. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr. Wird niedergedeucht. Da hat er kein Ausdauer mehr. Nee, dich nicht. Nee, dich nicht. Ich auch nicht. Du nicht. Du. Sehr schön. Schön den Ork Warrior niedergedolcht. Hat nur genau nichts gebracht. Also, die Rüstung von Orks kriegt man wohl nicht. So wie ich das sehe. Also, wir haben den Schild gekriegt. Was unfassbar viel HP hat. Unfassbar viel HP. Ist das jetzt ja, die Rüstung kriegt man nicht, weil die Menschen eh nicht passt. Aber auch unfassbar schwer ist. Also, Shield Skills, extra Fatigue, Maximum Fatigue, minus 22. Gut. Aber wir haben im Prinzip ohne große Verluste irgendwie alles hingekriegt. Sehr schön. Und daher ist das ja zum... Ah, okay. Ist das schon mal ganz gut gelaufen. Erstfeste geht es wieder nicht rein, weil wir dran vorbeilaufen. Schade. 280 Kronen pro Tag sind wir inzwischen. Das ist echt viel. Langsam müssen wir unsere Reiseziele ein bisschen... ein bisschen planen. Weil, dass wir hier hintenrum zur Granitschanze gehen, hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben einfach über die Reise Dauermiese gemacht. Aber wir kriegen zumindest noch ein bisschen extra für die... die Orks, die wir geplättet haben. Aber 96 ist halt bei weitem nicht ausreichend für alles. Throwing. Moment mal. Ist die Throwing-Weapon besser als die, die wir haben? Bin dann, Joschka. Ha? Achso, ich habe ihn hinten reingestellt. Deswegen, weil er verletzt war. Wir könnten eigentlich das wieder nach vorne stellen. Tatsächlich. So ein bisschen. So. 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 Ähm. Du hast eine 30 bis 45. Das ist eine 30 bis 40. Die sind also schlechter. Dann weg damit. Weg mit den komischen Dingern. Ich glaube, die brauche ich nicht reparieren, die Morning Stars. Das hier nicht. Das ist sogar kein Doffers wert. Mit 93%. Aber. Ich werde es nämlich nie tragen. So viel Fatigue habe ich einfach nicht. Und das ist so viel Gegner, die man irgendwas aus der Hand skippen, hatte ich aktuell noch nicht. 195 ist ein ganz guter Preis. Aber wir haben gerade ein bisschen Geldknappheit. Was ist die Rüstung? Wir haben auch noch 88. Also von daher würde ich eigentlich sagen, wir nehmen einfach mal. Was ist denn hier? Think about payment for your task earlier. Jetzt 800 crown advance. Und 3000 und the job is done. Move to the foreign star and defend it. Nee. Leute. Nee. Nee, 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 nee. Einfach nee. Damit will ich nichts zu tun haben. Auch wenn das hier irgendwie 4000 Kronen gibt. Vor allem sind die Südstaaten die, mit denen ich mich verbündet habe. Die Südstaaten sind auf meinen und meine Buddies. Ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht machen, Leute. Das geht nicht. Bei die Client das Contract werde ich jetzt machen. Geht nicht. Kann ich nicht übernehmen. So, noch zwei Tage Ration. Hier kostet es fast nichts. Die Ground Gains. Dann haben wir noch vier Tage Ration. Auch hat generell, weil wir sind doch in der Stadt. Wir sind eine Granitschanze in der Burg. Und hier sind die Preise vollkommen okay fürs Kaufen von Dingen. Das ist ja schräg. Das ist ja schräg. Gut, aber jemanden anheuern ist eh gerade nicht mehr. Ich gebe nochmal einen aus. Guck nochmal, ob wir hier noch ein bisschen Holz kaufen können. Weil ich fürchte, sonst könnte es schwierig werden. Also wir müssen ein bisschen hier eine Runde drehen für die Kohle. Und ich glaube, ich will eher nach Süden und von da aus die Aufträge machen. Bei den Leuten, also bei den Gebieten, wo es mir halt gut geht. Oh, 236. Da wird die Gewinnmarge aber klein, weil die hier halt wieder Unholde haben. Wir könnten auch Unholde-Attacks machen. The ground is sitting on a trunk tree while surrounded by peasants. After a few minutes he throws his hand out. See, ain't nothing wrong. It's a tree, a tree, see. Peasants are not convinced and go on about monsters and the forest shaped like the woods themselves. Aha. 1600. What kills people in the woods around Dammwald? Wir speichern mal wieder. Die Kampagne. Sonst könnte es sein, dass wir uns irgendwie in die Nesseln setzen. Poison Oil, Smokeport, War Dog Armor. 1600 ist halt schon insane, ne? Und dann könnte man hier Holz kaufen. Wir versuchen es mal. Hunt down and kills people in the woods of Dammwald. In the woods of Dammwald würde ich ja sagen, ist das hier, aber... Vielleicht bin ich auch irritiert und es ist voll weit weg. Meine, hier ist ja immer noch eine Normans Demise. Ich habe keine Spuren in irgendeiner Form. Doch da. Meine, hier ist noch jemand. In der Nähe von mir komponieren und wir folgen uns, wir hunting murderless trees and we crack off a branch. Watch where you step. schratz 2 schratz wenn ich wirklich im wald damit kämpfen will keine ahnung wie gut die sind vor allen dingen wie gut sind schratz okay die sind schon mal ohne rüstung aber wahrscheinlich ein shit ton of hp oder swamp shielded und was auch immer shielded heißt um sie ran aber das ist schlecht ok das wasser hier ist richtig übel für ap kriegst du minus skill ok also wollen wir eigentlich hier auf dem festen bereich stehen bleiben ok 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 und dann hier einen beteiligungslinie aufbauen würde ich sagen wo dass wir hier dann flashy grass ist sogar normales gebiet 2 rp 3 fatigue ist überhaupt nichts besonderes shielded heißt sie bekommen nur 3 ward ward ich habe schon vermutet dass die wenig schaden kriegen oder sowas ist irgendwas in der richtung muss es sein sonst sind sie hat viel zu schnell dauern nee geh mal geh mal da rein und du müssen bis das da ach xan alles spoilerst du hätte ich schon rausgefunden an der stelle würde ich sagen wirklich wort ihr was glaube ich kein glück hier wort die runde zu ende haben wir halt hier man schon eine doppelreihe stehen das wird dann schwierig mit dem fighten müssen wir uns da hoch bewegen irgendwie hinten rum und ihr bewegt euch halt echt langsam logischerweise hey das war nicht so erwartet wie ihr das da macht ich habe das gefühl ich sollte so nur fast hier runter nehmen und versuchen den zu stunnen so ein gefühl weil der scheint uns versuchen versuchen wollen hier unten zu umrunden der ist auch hier noch nicht dran ich glaube der kann auch gar nicht angreifen wenn er hier in dem sumpf rum steht ich bin voll 77% 5 damage ich glaube ich brauche echte gegen die scheiße also holy shit ich habe nicht mal eine änderung der hp gesehen bei dem hit aber ich will auch nicht in den sumpf rein weil da habe ich keine kette treffe ich nix mehr das ist richtig kacke body ah ne die haben wirklich ein shield it's shield for one damage die haben wirklich ein shield und da dran die achse wäre wahrscheinlich wirklich insane um die die in das schild weg zu reißen denke ich das wusste ich natürlich nicht ich habe auch nicht so viele exe die ich nehmen könnte wenn ich selbst wenn ich wollte selbst wenn ich wollte würde es nicht so einfach gehen hier Belgische hier kommt das steht hier oben ran hier kommt es hier oben ran mom огод Die haben einen AOE-Bereich. Ich muss an sie ran. Aua. Ach du Scheiße. Dann werde ich mit den zwei hier ransteppen und mit denen dann aus der Range und mit dem aus der Range und kann ich mit vier an den angreifen und den Rest muss dann halt sich um das hier oben kümmern, würde ich sagen. Weil der greift ja jetzt schon wieder an. Dann muss ich jetzt wieder ransteppen. Neun Damage. Im Kopf. Peaks. Das waren 20 Damage. Ich habe einen Pixel von seinem HP weggenommen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Und Stun darf ich wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich sind die wieder Stun immun. Ich den hier noch mit benutzen. Ne. Ihr habt dort so viele. Gehen hier mit Rotfäder. Gehen wir da hoch mit zum Einkreisen. Das war ein Damage aufs Shield. Das Shield wäre halt wichtig gewesen rauszuholen. Tja, ja. Das ist richtig mies. Vier Damage. Puff. Schwierig. 17. Also die Range-Waffen machen ganz gut Damage. Aber alle anderen sind ein bisschen blöd. 13 Schaden. Es dauert ewig, wenn ich darauf einhacken will. Ich weiß nicht, wie viel Damage die mir jetzt gleich drücken. Okay. Der hat Oberwärme. Der sollte eigentlich gar nicht so viel treffen können. So. Ist jetzt noch nicht so viel Damage gemacht. Und ne, ich kann ihn glaube ich nicht stunnen. Ich sollte es mit dem Stun sein lassen, glaube ich. 19. Wir fangen an, hier ein bisschen dran ranzukratzen. Weil sich das Schießen irgendwas bringt, ehrlich. Also. Moment, da waren gerade ein 6er Damage und ein 8er Damage dabei. Das war gut. Overwhelmen ihn. Wollen wir auf jeden Fall. Da können wir auch nochmal auf beide Overwhelmen drauf. Das ist sehr, sehr geil. Treffen halt nicht immer. Das dauert jetzt ein bisschen, ne, Leute. 12 Damage. Die stumpfen Waffen funktionieren, glaube ich, ganz okay. Alter, Rikki wurde gehittet. Crushed Windpipe. It blows his neck into the windpipe. Luftröhre, oder? Alter Vater. Er, gg. Ich glaube, wir könnten Leute von mir drauf gehen. Ist nur so ein Gefühl. Weil ich glaube, Crowd Control kriege ich den nicht. Müsste taunten tatsächlich. Das wäre, glaube ich, gegen die ein ganz guter Skill. Aber, puf. Oder halt mehr Overwhelm. Die großen Viecher wäre Overwhelm richtig gut. Da soll ich doch dann irgendwann nochmal mehr drauf gehen. Also, du mich rausgeworfen hast. Geht Rikki jetzt drauf. Warum nicht, ist die wichtige Frage. Warum sollten sie keine hohen Range Skills haben? Wenn das halt hittet, ist es unfassbar stark. Wenn das halt hittet, ist es unfassbar stark. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen. Jetzt muss ich mit dem auch in den Nahkampf gehen. Aber der Nahkampf ist ja nur noch unten Platz. Overwhelm und Backstab sind meine Lieblings-Skills. Dagegen halt große, große Gegner, die du sonst ewig brauchst im Kleinen kriegen, ist das halt schon krass. Kann ich ja versuchen, dass er nicht mehr Rikki angreift? Sondern eher so dahin, wenn dann? Wenn ich das so mache. Hm. Wird schwierig. So das Gefühl. Und du kannst doch hier, kann er dich nicht angreifen mit dem komischen Range-Skill. Habe das mal lieber so. Er greift trotzdem Rikki an, leider. Er greift aber nicht am anderen an, okay. Oder Gegner zu finishen, wenn die Gnomers, Barbarians und Co. alle schon tot sind, weil sie nichts aushalten. Na, wenn. Okay, dem geht's schon nicht mehr so gut vom, der ist schon Wavering inzwischen. Dann müssen wir aber mit dir eigentlich hier runterlaufen und dann hier rum und bis bis hier hin, damit hier nicht durchgepickst wird. Overwhelmed. Ich da hingehe. Wie viel kostet mich das? 5 AP. Kann ich noch zurückmoven? Kann ich nicht. Das kostet... No. No. Das war doch gerade noch auf 2 AP. Ach, weil ich... Nein, scheiße. Ich habe gerade richtig gekillt. Weil ich einen Rain... einen Pathfinder-Perk hatte. deswegen. Oh Gott. Oh Gott, der hatte 3er Reichweite sogar damit, ne? Ähm, warte mal. Wir hatten noch Leute, denen es nicht so gut ging, ne? Doch, sind alle confident wieder. Oder? Ja. Ja, doch, doch, doch. Dann. Peaks. Ich greffe halt das Schild ganz häufig für einen Damage. Das ist halt echt kacke. Aber hier rausgehen kann ich das auch nicht mehr, weil die sind, glaube ich, melee. Ja, die haben so einen... Control. Äh... Bis hier hin. Weiter komme ich nicht. Also, wenn du hier nicht viele Leute hast, wird das ja noch schlimmer. Oh Gott. Riki, Alter. Riki, mein Mann. Ja, der hat halt keine Ausdauer mehr. Kann immer nur noch einmal zuhauen und dann war es das. Und Xan muss ihn dafür umgeben, dem Typen hier unten. Meine beiden Schwertkämpfer, die Leute overwärmen. Wir gehen jetzt hier hin, damit er möglichst wenig auf Riki schießt, wenn er auf irgendwas schießt. Vielleicht macht er das ja dann auch von einem anderen. Müssen hier einen Zweier-Stack machen, dann schießt er auf ihn anstatt auf Riki. Oh, nochmal auf Riki, ey. Sie treffen zum Glücklich echt wenig aktuell. Zum Glück. Ihr beiden müsst auf jeden Fall immer atengreifen. Gerade. Oben ist fast durch. Ich mache jetzt den Move hier hin, um das zu baiten, dass er hierhin angreift. Und hoffen, dass nicht Sacred dann instinkt gekillt wird. Schade. Schade. Uff. Uff. Jetzt haben sie aber alle gehittet, ey. Jetzt haben sie alle gehittet. Und Verletzungen davon tragen. Uiuiuiuiuiui. Komm schon. Ist das Schild erst weg? Yes, yes, yes. Wir haben einen Platz. Einen haben wir. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hintrete. Eine Runde habe ich ihn gebaitet. Alter, Riki, 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 Riki. Runde kommt nicht weiter. Er ist am fliehen. Yes. Yes, 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 yes. Er ist am fliehen. Perfekt. Und wir haben übrigens komplett unsere Munitionen verschossen. Das finde ich eine gute Option. Sogar unser neuer, unser Tulux hat das den Kill gekriegt. Richtig gut. 130 dauert so lange wie Gloomhaven-Szenario. So ungefähr, ja. Moment, ich will nicht ranrufen. Ich treffe halt jetzt die ganze Zeit das scheiß Schild von ihm, ne? Nein, nein. Den Kill will ich haben. Da kommt bestimmt was Geiles für. Riki hat sogar den Kill gekriegt am Ende. Alter, Vater. Alter, Vater. Riki hat das richtig hart. Glowing Resin, Ancient Wood, Ancient Amber. Das ist aber nur was wert. 500. Old Shrads grow small splinters of extremely pure Amber on their bark. These sell for quite price for trader. Piece of wood carved from the remains of a living tree. 2.900. Glowing Resin. Okay, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. You stare at the fell tree and then at the fell shrad. Between the two you see almost no difference, which makes you ponder about all those supposedly dead trees you've been hopping over your whole life. Not one to dwell on such matters. You order the company to take trophies as proof of the battle and ready return to the merchant. Let's go. Ei, 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 ei. Wir haben keine Munition mehr. Man hat irgendwie 40 Munition verbraucht. The fuck. Still streaming. Yes. Still streaming. Fein Holz. Alles. Was gibt's hier noch? Moon. Brauch mal jetzt. So, wie ist denn die Verkaufspreise? 17 ist nicht so geil. Ähm, drei Tage, drei Tage Rationen. Oh, hier ist das echt billig. Medical Supply sind hier echt billig. Die nehmen wir mit. Und ein bisschen Beeren. Yes, let's go. So, auf nach Grafenhafen, I guess. Gibt's irgendwo noch Ruinen? Habt ihr noch Ruinen? Wieder Aufbau. Hier ist unten ein Ruin. Dann sollte man wahrscheinlich nach Rotenburg gehen, um das Holz zu verkaufen. Ach, Sono, ey. Oh, what? Brigands. Ich glaub, mir geht's grad generell nicht so gut. Oh, wir haben Level ab. Dass ich das machen sollte, glaub ich. Mir geht's, glaub ich, grad generell nicht so gut, dass ich das tun sollte. Auferstanden aus Ruinen. So, jetzt die Frage. Wenn wir dich mit echt schwerer Rüstung auskleiden sollen, ist, glaub ich, Recover Quatsch. Mit dem Steel Bro. Für weniger Damage, damit er länger überlebt. Keine extra Kopf Damage, ist, glaub ich. Ich glaub, das ist so ein Passiv, beziehungsweise merkst du nicht, aber das ist, glaub ich, schon was einiges mehr bringt. Wollen wir ihn schneller leveln lassen. Bam, 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 bam. Resolve hat er eigentlich ganz gut. Dann müssen wir eigentlich gar nichts mehr dazu, eigentlich den extra, hast du das gar nicht geskillt mit 25% extra Resolve. LOL, er hat schon 72. Aber wir müssen euch, glaube ich, nochmal 15% extra Resolve geben. Ähm, ja. Jetzt die Frage. Was geben wir dir? Das Recover benutze ich echt selten. Gerade bei Schwerträgern. Er könnte aber auch was anderes tragen, denke ich. Weil er hat jetzt schon 15 Millil Defense. Einfach so ohne irgendwas. Hm, er könnte in Zweihand eventuell tragen. Äh, dann müsste aber ein Nimble Tank werden, der dann Zweihand tragen würde. Ich glaube, dafür hat er zu wenig Initiative, oder? Wobei, die war mit über 100. Aber ich glaube, ich habe sie gar nicht gelevelt. Dann müsste ich sie anfangen zu leveln, die Initiative. Weil dann kriegt ihr auch Dodge. Dann müsste aber weniger Rüstung... Schwierig alles. Alles schwierig. Er will da gar nicht gehittet werden. Dann brauche ich Sie Bro eigentlich, glaube ich, nicht allzu sehr. Adrenalin für extra Nucht dran sein. Immer noch was trinken. Die Level 2 Skills bin ich mir echt nicht so sicher, welche ich da wirklich haben will. Mit Resolve habe ich durch meinen Sergeant, glaube ich, nicht so sehr Probleme. Wenn die Leute alle gut zusammensticken. Resilient ist halt gegen Goblin, wäre das krass, wenn du weißt, dass Goblins kommen. Aber ich glaube, wir haben eher eine Ork-Invasion als eine Goblin-Invasion. Wobei ich nicht weiß, ob die vielleicht zusammenkommen. Wenn die ganzen Orks, die wir hier haben. Bullseys, Quatsch. Executioner. 20% extra Damage. Es gibt wenig extra Damage-Resourcen. 20% Damage gegen Gegner, die eine Verletzung haben. Mit unseren 2-Hand-Back-Linern kriegen wir Verletzungen schon halbwegs verlässlich hin. Und auch mit der Armenbrust, der Dicken und sowas. Hm. Aber ich glaube, ich würde den lieber... Ne, wir nehmen die Defense. Der soll lange überleben. Kein extra Damage gegen Kopf. So, Briggins bin ich jetzt irgendwie dagegen. Ehrlich gesagt. Ich würde gerne dann irgendwie hier rumgehen. Ich gehe erstmal nach Himmelsdorf, dann müsste er automatisch da rumgehen. Ja. Während wir uns erholen. Bin ich unnützig, weil Verletzungen meistens kein zuerst Damage mehr brauchen. Du meinst, wenn die verletzt sind? Es ist ja, wenn sie verletzt sind, kriegen die 20% mehr Damage. Das ist einfach nur zum Finischen. Für was anderes ist das ja nicht. Und dann meinst du, treffen die eh nicht mehr so gut, dann musst du ja nicht finishen. Oder? Was ist die Aussage? Die verstehe ich nicht ganz. Hier ist Munition günstig. Das sind 50 Units auf einem Munition sogar direkt, die wir hier kaufen können. Die Preise sind hier absolute Grütze. Gehen wir nach Grafenhafen rüber. Da haben wir jetzt gar nicht geguckt, ob es vielleicht gerade einen Transport darunter gibt. Na gut. Hätten wir gucken können. So, was ist hier die Aufgabe? Transport 1200. Nach Hallheim. Ne, nach Norden. Das ist irgendwie gerade gefährlich, nach Norden zu gehen. Warehouse Burnt Down. Dann ist glaube ich alles teurer, was die haben. Können wir nochmal kurz gucken, ob wir vielleicht mehr als 20er kriegen. Also die, das Holz kriegen wir glaube ich, woanders besser verkauft. Den Ember wahrscheinlich gar nicht allzu sehr da unten. Die mögen mich nicht so krass. Deswegen verkaufe ich den mal hier. Tempel, Tavern. Haben wir eigentlich schon getrunken? Ja Leute. Tempel. Eins bis vier Tage. Ja komm. Damit Ricky wieder einsatzfähiger wird. Das ist eigentlich nicht benutzbar. Was ist hier? Ripped Ear. Minis Initiative. Das ist nicht so schlimm. Milie Defense. In eins bis vier Tagen. Da stehe ich auch nicht so drauf. Pierced Leg Muzzle. Milie Defense. Eins bis vier Tage. Und was ist hier? Milie Defense. Initiative. Das ist nicht so wichtig. Zum Heilen. Und was ist bei dir? Ist wieder Patrouillieren oder was? Kill Marauding. Greenscreens auch in Bergau. Schon wieder. Okay. Könnte man hier rumlaufen. Wenn dann. Aber das glaube ich. Weiß nicht. Könnte man schon machen. Dann hast du mal nach Rotburg mein Zeug verkaufen. Das wir nach Grafenhaven zurück müssen. Wenn man bei Bergau war. Das ist echt nicht so geil. Ehrlich gesagt. Echt nicht so geil. What? Ach, weil Raided. Kriegen ja nicht mehr das Holz gut los. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Dann fickt euch doch. Essen kostet aber nicht viel. Theoretisch. Und die Tools und Supplies kosten auch über wenig. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir nach Grafenhaven und nehmen wir die Auftrag an, würde ich sagen. Haben wir nochmal einen Dreiviertel Tag verballert. Können wir gar nicht, aber wir müssen nachts jetzt warten. Um das Holz zu verkaufen. Dammit. Camp. Along the road. A wagon is stopped on the road. You find a man looking at a white right of verse. He turns to you and speaks. Ah, it says I imagine you part. The holy war. Okay, wir haben auf jeden Fall als Late Game Crisis den holy war. Der Rest ist einfach nur Zufall. Well, I hope you do right by your gods. Das ist ein No Coins important, but there is more to life and more after I understand. Ah ja, okay, okay, okay. Ich habe ja schon versucht, die Leute nicht zu verärgern, ja. Also, da bin ich ja schon dabei. Hier. Habt ihr euer Holz. Master Trader Achievement erhalten. Sehr gut. Sehr schön. Brauche ich jetzt noch was? Essen ist ein bisschen knapp. Aber Essen ist hier teuer. Das will ich hier nicht kaufen. 500 für Tools und Supplies. Alter, habt ihr einen Arsch offen? Alter, habt ihr einen Arsch offen? Ihr seid doch völlig gestört. Ja, also hier wird, glaube ich, aktuell gerade nichts machen. Drei Tage nach Norden. Green Skins. Marauding Green Skins at Bergau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt die an. Nochmal. Ab nach Bergau. Ich bin vielleicht ein bisschen low an Essen. Aber das ist jetzt so. Als dafür, dass Rotburg so gebeutelt wurde, wollen die wenig von meinem Zeug haben, ey. Cave of the Dead. A Necromancer, Armored Wiedergänger, A Fallen Hero und a few Geists. Da sehe ich mich nicht. Ich habe gesehen, gesagt, du hast Geist schon platt gemacht. This is the farms that didn't stand a chance. You find farmhands slain left and right. Pitchfork weaponry is the grass. One of the prongs has blood on it. Definitely not human. You follow the trail, knowing that you'll be soon upon the preparator of this crime. Okay. Ja, hier waren Goblins. Ich habe keine Ahnung, was ein Geist macht bis jetzt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal einen gesehen. Weil ich weiß. Orc Marauders. Oh, das sind die, die ich... Zehn Orc Marauders. Orc Young, a few Orc Berserks. Dann... Haben noch Targ. Oh, shit. Ist das schlecht? Ehrlich gesagt. Da muss ich jetzt schnell ran. Schaut mal kurz. Da muss ich schnell ran, den platt machen und den Highground für mich behaupten, würde ich sagen. Ich glaube, zwei Berserker haben wir, wenn ich es richtig... Drei Berserker haben wir, wenn ich es richtig sehe. Eins, zwei. Da sind die Berserker extra, die wir haben. Und das andere sind Young links. Okay. Muss ran, also kann ich auch hier hingehen und dem versuchen, einen Hit zu geben. Schade. Ich gehe mal hier hoch, falls der hier rankommt. Ich lasse die, glaube ich, hier ran laufen. Und er kann Riki zweimal werfen lieber. Schade. Äh, es war nicht Riki. Der Nushka natürlich zweimal werfen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, ich gehe mit dir und mit, ja, ich gehe mit euch beiden hier rein. Du bist ein Young, ne? 60% ihn zu Hütten. Wir warten mal ab. Vielleicht können wir ja noch mit jemand anderem reingehen. Nämlich mit CD zum Beispiel. Weiß nicht, ob es der Tilox wirklich... Wir saven mal sicherheitshalber. Mit dir wollte ich noch hier rein. Und wir machen hier Shield-Wohl nebeneinander. Falls jetzt hier einer rein chargt, um uns zu hitten. Machen wir hier noch einen Spear-Wohl. Und mit dem können wir uns zwar hoch, aber nicht mehr, nicht mehr angreifen, dann leider. Mit dem können wir hier noch schießen. Yes. Finde ich gut, finde ich gut. Ich glaube, ich brauche hier oben aber noch mehr auf der Flanke, auf der seitlichen. Und ein Stunt. Sichtig geil. Das ist einfach noch ein Weg. Au! Wait a second! Xan... Du bist auch Xan der Dritte, ne? 106 Damage auf den Kopf. Alter, what? Ihr habt doch einen Arsch offen. Das ist ja übel. So, aber hier. Zack. Tot. Auf dich kann ich werfen, ne? Vielleicht würde ich doch mit hier unten bleiben. Wir sind Ork-Jangs. Du hast, glaube ich, was zum Werfen in der Hand, ne? Weiß noch nicht, wie sehr ich den hier oben exposen würde, ehrlich gesagt. Ich bin an den Berserker eigentlich jetzt gar nicht mehr ran. Ich den hier schubse. Wo fällt denn der dann hin? Fällt der hier runter? Geht das? Yes! Sehr gut. Achtzig, so. Mach mal den erstmal. Der rennt schon. Sehr, sehr, sehr gut. Gehen wir hierhin und versuchen, den zu stunnen. Schade. Das ist jetzt so nur ein bisschen exposed. Das ist... Kann schief gehen. Der Berserker ist halt echt eklig. Oh, jetzt ist er gestunnt. Das ist Triple und Quadra eklig. Ähm, ja. 93 Prozent. Haben bei einer 93, dann eine 98. Den Arsch offen. Arsch offen ist. Was soll denn der Scheiß? Auf gut Deutsch. Au! Au! Okay. Der Schott funktioniert. Du kommst mal bitte nicht ran weiter. Und du helfst dir oben irgendwie noch weiter drumrum zu gehen. Das ist... Der muss raus. Ne, der läuft. Der muss nicht raus. Der muss raus. Berserker. Damit wir haben nichts mehr zum Werfen. Guten Appetit. Das ist schlecht. Bis ich da aufgemacht habe. Das ist richtig schlecht. Oh, oh. 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 Au. Äh, du läufst. Also muss ich dich pieksen. Du rennst auch, oder? Ne, du bist auf Breaking leider nur. Nur. Anführungszeichen. Ich jetzt... Och, der steht mir halt gegenüber. Ich hoffe, er überlebt die eine Runde. Xan. Sonst wird's blöd. Äh, der macht einen großen Bogen um uns. Das ist okay. Mit Beleidung Arschkriecher. Jemand, der den Arsch offen hat, hat die Erwartung, dass ihm die Leute in den Arsch kriechen wollen. Zumindest stellt er seine Forderung so, als würde er übervorteilt werden wollen. Was man alles so erfährt. Killed Sono. The older. Fuck it. Ey, der rennt schon wieder. Da können wir hier weiter rumgehen. Scheiße, ey. Der Ork-Bärsäger hat Sono gekillt. Das ist schlecht. Zu dritt mit Pechte in den zwölf Leute platt machen. Die sind auch noch... Die hier hinten sind auch noch voll confident jetzt. Das ist echt doof. Der hier unten nicht. Ich hab eh Cast und Death Portal, oder? Ne, hast du nicht. Du hast nur kein Overwhelm mehr. Hat dieser Xan kein Overwhelm mehr. Der Xan hat die ganze Zeit Overwhelm. Hat er auch. Warum? Triggert Overwhelm nicht. Overwhelm geht gegen Ork-Bärsäger nicht? Das ist shit. Wenn du vor ihm dran... Achso, stimmt. Ja, das geht ja nicht für die nächste Runde. Das ist... Das ist ja richtig, er Mist. Lass dir mal töten hier. Die stehen irgendwie im Weg rum. Sehr schön. Yes. Sehr gut, sehr gut. Guten Appetit. Naja, hab ich schon mitgekriegt, dass er schon dran war, sogar. 65, 94. So, jetzt rennt der hier auch. Das ist geil. 77, 83. Zack. Have fun with it. Dann ist man jetzt mitten rein. Du wartest mal. Mal den hier hinten auch platt. Benyushka, du musst jetzt mal hier unsere andere Seite mit verteidigen. Wer die Xan wirklich hier reinstellen will gegen ihn. Und wir können ihn einfach nur runterschubsen. Tschüss. Oh, scheiße, Xan. Äh, haben wir noch was zum Heilen? Jo, wir haben noch was zum Heilen. Hier. Du, du mal... Ach Xan, blutet nicht mehr. Ups. Der Matt ist nicht nötig gewesen. Hier rein. Hier rein. In unserem neuen Sir. So rum. Er muss jetzt wieder hochlaufen. So, dir geht es halt nicht mehr so gut. Deswegen gibst du einfach nochmal einen und ziehst dich ein bisschen zurück. Es wird halt richtig hart reingeschnetzelt. Sind wir ehrlich. Das Sono da gleich gestorben. Es ist leider tragisch gelaufen insgesamt. Ansonsten gehen die Kämpfe sogar. Nur, dass ich Sono da einen Ticken zu weit rein geschickt habe. Ist echt scheiße. Nee, dich will ich nicht. Dich will ich nicht. Du hast eine kaputte Nase, Xan. Du bleibst mal da unten ganz entspannt. Und hier unser Sir Tilox kann noch ein bisschen mitkämpfen. Jetzt. Triggert das. Okay. Nice. Sehr schön. Kannst du dich mit da hinstellen. Ich glaube, der Oc jetzt auch nicht mehr so gut. So ein Gefühl. Der will mich stunnen, die Sau. Ich glaube, es sagt, jetzt rennt er. Sehr gut. Dem geht es auch nicht mehr so gut. Und X. Müssen wir erstmal einen guten Rekruten wieder für einen weiteren Sono finden. Ich glaube, Sono war sogar ein ziemlich guter Rekruten, ehrlich gesagt. Für den verloren haben. Es tut echt weh. Kann ich noch nachgucken, was Sono für ein Rekruten war? Dann Xidi, Sacred Ben, Riki, Rotfeder. Nee, kann man nicht. Weil die Toten sind tot. Du kannst die Skidets nicht mehr angucken, um traurig zu sein. Aber ich glaube, Sono war ein ganz guter Rekruten. Wir kriegen zumindest einen Helm wieder. Und hier diese Äxte. Diese Riesenexte. Die zumindest einiges wert sind. Tatsächlich. Mit 1000 für 75%. Nicht liefen. Oder die Sachen einpacken. Müssen wir zurück. Müssen wir mal gucken, dass wir hier Levels Ups haben. Wir haben jetzt noch ein paar. Geht immer noch ein bisschen mehr. Ein bisschen Range Defense. Ein bisschen Resolve. Hier ist Go. Jetzt könnte ich ihm halt auch Berserker geben. Wenn er zu peekst. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Variante gewesen. Dass er mehrere Sachen peeksen kann. Wenn er in der Backline steht. Weil wir mit der Ausdauer eigentlich ganz gut hinkommen. Da ist es ziemlich nice, wenn wir mehrfach peeksen können. Was ist das Falsche gelevelt? Initiative. Eigentlich nicht. Den Range Defense hätte ich ganz gerne. Und Resolve ist wahrscheinlich auch ganz gut. Damit er nicht irgendwie anfängt durchzudrehen. Äh. Armbrust Mastery. Let's go. Und Rot federt auch ein Level Up. Yes. Ach du Scheiße. Warum denn Plus 2 bei einer Stern? Ey. Dann nehme ich lieber die HP. Ja gut. Kann Plus 2 beim Fatigue nehmen. Oder... Nehmen wir 2 beim Elite Defense. Ich glaube, das ist 2 beim Elite Defense besser. Die 5 Initiative glaube ich nicht, dass ich die brauche. Weil ich könnte mit dem Speer auch für Overwhelm gehen. Dann will ich die Initiative haben. Wenn ich bei dem auch Overwhelm gehe. Weil der Speer ja auch Peaks Peaks macht. Ja doch. Ich glaube, ich gehe wieder für Overwhelm. Yes, 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 yes. Achso, wir müssen noch Sachen reparieren auf dem Weg. Mal alles sortieren. Nein! Das war das Falsche. Das reparieren, das nicht. Das lohnt sich glaube ich auch zu reparieren. Bei dem Wert, den es schon so angekratzt hat. Anderen Sachen glaube ich eher nicht. Ähm. Wir hatten zur Tilux kein... Kein Schild mehr? Wo ist denn Schild hin zur Tilux? Oh, hab ich alles ausgezogen. Upsi. Ich dachte gerade. Ähm. Zur Tilux, du kriegst direkt mal die... Die vererbte Rüstung. Yes, 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 yes. Das ist Xan, die komplette Rüstung mit einem Schlag zerlegt hat. Hardcore. Richtig übel. Aber die... Die... Was ist denn das hier? Abandoned Fortress ist hier aber super nah am Weg. Remains of an old fortress. It looks entirely abandoned. Das ist aber nicht als Angriff... Angriffspunkt markiert. Das ist ja spannend. Muss ich mal angucken, was das ist. Ach, gegen Nachtsjahr habe ich jetzt irgendwie keinen Lust. Ah. Da könnt ihr gerne übernehmen. Danke. So, dann wieder Gold zusammenkratzen, um für einen neuen Sono zu sparen. Der hat wir dann schon ziemlich wichtig. Und wir brauchen neue Tools und Supplies. Berge aus No Longer Bumst. So. Ähm. Das kann man verkaufen. Das ist halt viel zu viel Fatigue aktuell für unsere Leute. Warum repariere ich die eigentlich nicht? Kann ich den ganzen verkaufen, weil ich die anderen repariere? Die verkaufen wir, weil die auch zu viel Fatigue sind. Das brauche ich nicht reparieren. Diese komischen Schilder hauen wir raus. Allzu schwer. Okay. Dann gab es halt gar nicht so wenig Kohle. So, dann haben wir hier einen Raider. Den haben wir schon getestet. Nee. Na. Geht so. Er nicht. Tire Soldier will ich nicht. Gambler. Militia. Militia kann glaube ich auch ziemlich gut sein. Wenn es halt die passenden Sachen. Okay. Try out. Nee. Ich glaube. Also Max Roll, Militia. Skill. Okay. Hat auch ganz. Kann es auch Militia. Und die Fans. Da sehe ich schon einen zweiten Sono, oder? Nee. Das war sogar ein dritter Sono. Kann das sein? Komm. Muss ich mal kurz gucken, wie viele Sonos wir schon hatten. So. Sono 2. Einer unserer Lindwurm schlechter ist damit gestorben. Dann bist du jetzt Solo der dritte. Ähm. Was sind wir denn ganzen Kram? Du hast eine Warfork. Das ist ja auch witzig. Äh. Dot, 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 dot. Kriegst auf jeden Fall. Würde ich mal behaupten. Damit du ein bisschen überlebst. Äh. Glicke Rüstung. Und da noch eine ganz gute Rüstung. Der 62. Können wir dir glaube ich schon ein Schwertchen geben. Und halt. Oh shit. Und dann was zum Heilen. Und Dolch haben wir gar nicht mehr. Sehe ich gerade. Dolch haben wir nicht mehr. Aber die Warfork verkaufen dann glaube ich einfach. Oder wir machen halt den. Also. Als Stunner funktioniert ja offensichtlicherweise nicht so gut. Ich würde dann. Wenn er ein bisschen. Melee Skill mehr hat. Würde ich ihn glaube ich jetzt mal auf den. Auf die Military Pick gehen. Dass wir was gegen Rüstungen haben. Dass wir gegen Rüstungen durchkommen. Oder als Axt. Wir könnten auch als Axt gehen. Dann würden wir gegen Schilde ein bisschen vorgehen können. Würden wir wirklich aktiv Schild Damage machen können. Das sind die zwei Varianten. Die ich jetzt mir überlegen würde. Essen. Ziemlich teuer. Ich will mal gucken. Das jetzt woanders herkriegen. Was ist das hier? Mhm. Kurz über 1000. Nach Erzfeste. Erzfeste von hier aus. Ist das da? Also wir würden hier rumfahren. Das ist glaube ich okay. Dann können wir relativ schnell wieder hier nach Gelbstadt und Sandstadt runter. Brauchen glaube ich das Geld wieder ein bisschen. Nach Hallheim will ich glaube ich nicht. Wo ist denn Hallheim? Ja. Nee. Nach Hallheim will ich nicht. Also dieses Hallheim Ding können wir ablehnen. Das werden wir nicht machen. Dann kann hier ein neuer Contract entstehen. Und wir gehen zur Erzfeste. 2,000 Supply sind viel zu teuer. Und den Rest haben wir eigentlich noch. Los geht's. Los geht's. Aber ich würde sagen. Das ist ein guter Zeitpunkt. Um für heute die Kampagne zu speichern. Und dann weiterzumachen. Also wir sind wieder sehr sehr gut vorangekommen. Wir haben unsere Leute ein bisschen mit besseren Menschen glaube ich ersetzt. Mit besseren Stats. Ja das Sono gestorben ist leider echt ein bisschen schade. Wir haben in den Factions angefangen uns hochzuarbeiten. Haus Winterhal ist allerdings noch neutral. Aber ein paar Sachen haben wir halt schon gemacht. Das wäre ein bisschen happier. Dass ich Goblin Locations genommen ist irgendwie blöd. Vielleicht. Wir haben jetzt die ganze Zeit keine Goblin Locations genommen. Sondern wir haben halt die ganze Zeit Org Locations und sowas angegriffen. Das ist glaube ich ein bisschen suboptimal. Vielleicht muss ich mir noch überlegen. Ob wir da nochmal die Ambition beenden. Wechseln wollen. Aber ich glaube wenn ich die beende. Kriege ich auch wieder einen Abzug für Laune. Aber ansonsten haben wir heute einiges an Ambitions erfüllt. Ich glaube drei, zwei, drei haben wir geschafft zu erfüllen.